Hallo, ich bin Mandy von Itaricon. Ich suche für unser Solution Architecture Team, einen Architekten, der stark in der Kommunikation ist, ein sicheres Auftreten hat und eine hohe Problemlösekompetenz. Mehr Insights zum Projektalltag gibt dir jetzt Philipp. Unser Team arbeitet für verschiedenste Unternehmen aus den Branchen wie Automotive, Pharma, öffentlicher Dienst und Retail. Hier werden nicht nur Architektur-Assessments zur Analyse und Optimierung von Integrationslandschaften im Team durchgeführt, sondern du zeigst Potenziale auf, leitest Handlungsfelder ab und zeichnest Entwicklungsfragen für unsere Kunden. Du verantwortest die technologieübergreifende Entwicklung komplexer Lösungen und schaffst so einen echten Mehrweg. Wenn du auch in diesem Team arbeiten möchtest, dann solltest du folgendes mitbringen. Wichtig ist uns vor allem eine mehrige Projekt- und Beratungserfahrung im Umgang mit heterogenen Systemlandschaften, auch gerne erste Projektleitungserfahrungen. Und zudem ist es hilfreich, wenn du Kenntnisse in der Entwicklung und Konfiguration von Schnittstellen und Integrationsszenarien hast, sowie grundlegendes Know-how im Umgang mit Mittelwerttechnologien wie IBM Data Power oder SAP CPI. Und wenn du jetzt noch in einem guten Wissensaustausch und Mentoring-Tätigkeiten interessiert bist, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei uns geht es nicht nur um Getränke, Obstkörbe oder Tischtennis, sondern es geht um eine wertschätzende Unternehmenskultur, Teamgeist, Wissenstransfer und Feelgood-Momente. Dir gefällt, was du gehört hast? Dann schreib uns eine Nachricht oder ruf uns an!